Jetzt ist es soweit. Als Kommissar X besteht Tony Kendall sein erstes spannendes Filmabenteuer. Kuhren von Kommissar X spielt Maria Perschi, die geheimnisvolle Frau, die das Tor zur Hölle der Gangster sucht. Er ist der Mann, den die Frauen lieben und die Gangster hassen. Nun, wo er dich deine Suchtkarriere zu machen gebracht hat, mir machst du Vorwürfe? Dir geht es um die Karriere und um weiter nichts. Du dreckiger... Trotzdem, Captain Rowland, gespielt von Brad Harris, ist sein bester Freund. Kein Kommentar, lass mich in Ruhe. Seid doch vernünftig, vielleicht wissen wir morgen mehr. Über eine geheime Fernsehanlage wird Kommissar X von den Gangstern beobachtet. Aber auch er beobachtet. Nämlich das, was Männer an schönen Frauen so schätzen. Sie sollen der beste Detektiv der Welt sein, habe ich Leuten hören, Mr. Walker. Und ob, durch ihn schmilzt sogar das Gold der Gängsen. Kommissar X, Jagd auf, unbekannt. 90 Minuten Spannung in dem größten und aufwendigsten deutschen Thriller der letzten Jahre, der nach dem gleichnamigen Roman des Pabel Verlages gedreht wurde. Stürzen auch Sie sich Hals über Kopf in dieses Abenteuer. Stimmen von下 und am Schlimm und schließlich Gängsehans in dieLes sind die Zu sowers, Völfer der Gängsehans in der Erde. Und der Krasser ist schließlich Schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020